Eine dicke Schlinge um den schönen Hals. Dieses Dekolleté ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein lauter politischer Protest. Die Trägerin des Kleides? Das iranische Model Malaga, Jaberi, bei den Filmfestspielen in Cannes. Eigentlich sind auf dem roten Teppich politische Statements nicht erwünscht. Die 33-Jährige macht es trotzdem und stiehlt allen die Show. Die goldenen Träger der Abendrobe erinnern an den Geigenstrick. Noch deutlicher die Aufschrift auf der schwarzen Schleppe. Stop Execution. Ein klarer Protest gegen die Hinrichtungen im Iran und das brutale Mullah-Regime. Auf Instagram widmet sie das Video des Kleides den Menschen im Iran und die Botschaft kommt an. Mehr als 100.000 gefällt mir Markierung, über 4.000 Kommentare. Immer wieder nutzt Malaga, Jaberi ihren Insta-Account für harte Kritik am Mullah-Regime. Neben Beauty-Shots klare Statements wie die europaweiten Proteste nach dem Tod der Iranerin Maza Amini oder dem Kampf um Frauenrechte im Iran. Das Model lässt sich dem Mund nicht verbieten, erst recht nicht auf dem roten Teppich. Mit Erfolg. Ihr Protest geht dank Geigenschlingkleid um die Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017